So, da geht es jetzt hier weiter mit dem Circle 4. Jetzt muss ich mich nur wieder so ein bisschen reindenken. Mal schauen, ob ich das auch noch zu Ende kriege. Da ist ein Shop. Ich denke, ich gehe da einfach. Hier hätte ich keinerlei Elite-Gegner. Das ist immer gut. Ja, und dann nehmen wir zwei Küchen. Das wäre natürlich auch gut. Ne, machen wir es mal so. Ich bin mir nicht sicher, ob das die auch schon so richtig zu Ende gedacht haben. Hm. Okay. Das ist schon mal gut. Ein Swap wäre auch da. Okay, dann lassen wir sie mal kommen. So. Gehen wir mal da hin. Den hier platt machen. Hier ist es, muss ich aufpassen. Ah, Mist. So. Den würde ich jetzt gerne spielen, aber das findest nicht. Oder? Ich brauche Schild eigentlich. Das geht so nicht. Besser. Besser. Okay, das ist gut. Jetzt gibt es auf jeden Fall mal ordentlich Schild hier. Können wir den auch noch wegschieben. Wo steht da denn der Chef? Hier. Auf jeden Fall heilen wir ihn noch mal. So sieht es schon viel besser aus. So, jawohl. Ach Gott. Was für ein Geluse wieder. Naja, es ist wohl weitestgehend. Egal. Wir ziehen den Chef mal hier weg. Ah ja. Was für ein Geluse Na. Was für ein Geluse. So Ja, ja, alles gut jetzt. So. Erster Kampf geschafft. Da brauchen wir nichts mehr von. Ja, super. Das ist ja toll. So, dann. So, gehen wir mal hier hin. Mist. Schieben wir den mal weg hier. So, dann muss der hier weg. Protect ist gut. Ja, das brauchen wir noch nicht heilen. Ja, komm. Wo ist der Chef? Da drüben. Alles gut. Gut. Oh, ja. Okay. 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 So. Ah, das ist natürlich auch nicht schlecht hier, ne? Hm, ja, ich glaube fast. Ich nehme mal lieber die. Ich komme schon nochmal zum Shop, oder? Ja, ne, das mache ich nicht. Ne, ne, machen wir nicht. So, ja. Ja, Wahnsinn. Das muss natürlich noch weg, der Kraschen hier. Aber der hat hier Reflection, die haben alle Reflection momentan. Ah, jetzt. Hm. Ja. Ja, irgendwie spannend ist das nicht. Das ist eher ein Rumgeklicke, ein übles. Aber so ist es halt nun mal. Da haben sie, glaube ich, auch noch nicht so richtig zu Ende gedacht, diesen vierten Zirkel. Ja, komm. Ja, wo ist denn der Chef? Da drüben. Ja, aber dann beendet es mal. Die Gerade hier. Okay. Tja, wenn dann den hier. Dann transformieren wir das mal. Dann noch ein Swap. Das ist jetzt nicht unbedingt drauf. War ich jetzt nicht so scharf. Ah, jetzt kommen diese Ticken. Dann könnte ich jetzt auch einfach den hier taunten. Und noch ein bisschen warten. So, was lassen wir denn da jetzt zuerst wegplatzen? Ja, ich habe so ein dickes Teil noch nicht. Die sind erst mal beschäftigt da unten. Ja, ich habe so ein bisschen aufpassen. Ja, ich habe so ein bisschen aufpassen. Ja, gut. Jetzt habe ich schon mal Energy im Überfluss. Die Chef ist auf jeden Fall mal weit weg. Ja, das ist gut. Hm. Okay. Ja, macht mal hier weiter. Kümmert euch mal da hier. So, jetzt. Okay. Ja, ja, ja. Das ist ein bisschen ein Problem hier. Wo steht er denn? Da drüben. Hm. 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 Ja, spannend ist was anderes. Wo steht der Chef? Hier. Ja, das sieht gut aus. Zähe Geschichte. Na ja, aber danach habe ich es dann auch erst mal geschafft. So, jetzt. Und tschüss. Ja, die sind schon zäh die Teile. Die spalten sich jedes Mal nochmal auf. Nee. Hm. Den dann, wenn überhaupt. So, jetzt erstmal in den Shop gucken. Was, was Nettes gibt. Hm. Okay. Das brauchen wir nicht. Ja, okay. Da kommt sogar noch ein Shop. Aber den, doch, den besuche ich sogar. Tja. Tja. Kann man jetzt was, davon was gebrauchen. Wir hindern am ehesten noch das. Und noch so ein Remarve. Darum den Michael Burden entfernen. So. Oh je, jetzt gibt's noch mehr Klone. Auch nicht schlecht. Jeder dritte Klon wird belohnt. Lund. So. 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 Bleiben wir mal da stehen. Ist der stable? Der ist stable. Das heißt, ich behalte den auf jeden Fall. Ah gut, jetzt kommt erstmal ordentlich Schild rein. Weiß nicht. Das geht schon. Oh, was das ist ein Ding? Oh, wie geht das denn? Das ist ein Ding! Oh, wie geht's das? Oh, wie geht's das? Oh, das ist einfach! Oh, was geht's! Oh, das geht jetzt? Das ist ja… Nee, das gefällt mir jetzt nicht, wenn ich die rumschiebe. Dann mal so probieren. Okay. Okay, 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 ich weiß schon. Okay. 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 Nein. Das machen wir jetzt nicht. Jetzt können wir es machen. So. Ah, nee. Noch mehr brauche ich nicht von dem Kram. So. Sieht wieder ähnlich aus. So. Mal gucken, wo der Chef steht da. So. 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 Ja. Gucken, dass die Felder voll werden, dass die Dinger sich nicht so schnell verteilen können. So, jetzt lassen wir durchlaufen. Ich denke es kommt immer noch auf den Endkampf drauf an. So. Kommt da jetzt noch viel oder haben wir es dann bald geschafft? Ja, jetzt haben wir es bald geschafft. Noch mal den Laden hier checken. Brauche ich nicht mehr. Dann machen wir doch lieber noch ein bisschen mehr Schaden. Ah, dann nehmen wir mal den dazu. Dann haben wir noch ein bisschen was auf Angriff. So, dann gibt es noch mal hier was Schönes. Ja, toll. Das brauche ich nicht mehr. Mhm. Den brauche ich eigentlich nicht mehr. Tja. Dann natürlich den da. So. Und jetzt gucken wir mal. Corruption 20. Solo Hero Hardcore. Permadeath. Schauen wir mal. Aber eigentlich sollte das jetzt funktionieren. Dann habe ich die Hoffnung. Ein bisschen ein schwacher Start. Dann lassen wir die mal darauf fixieren. Ich glaube ich ziehe mich jetzt lieber mal hier aus der Affäre. Na toll. Hm. Mist. Ja, okay. Jetzt. Gucken wir mal ein paar Sachen die ich überhaupt benutzen kann. Die haben wieder dieses Schutzschild. Aha. So. Das sieht doch jetzt schon mal ganz gut aus. So. Und was hätten wir hier noch? Das machen wir noch ein bisschen später. Und das können wir schon mal machen. Und das von mir aus auch. Das geht jetzt alles ein bisschen schneller an. So. Wo ist der Schiff? Der steht da oben. Machen wir hier mal den Torn drauf. So. Das geht jetzt ganz süß. Ah Mist. Jetzt muss ich aufpassen. So. Ist das schon viel besser. Ah. Das Schild geht schon wieder aus. So. 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 Wie. So. 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 Wo steht denn der Chef? Da drüben? Ja gut, das ist gut, dem kann eigentlich nichts mehr passieren. Jetzt gibt es erstmal nochmal ein ordentliches Schild. Ja gut, das ist gut. Oh, 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 oh. Oh, steht er neben dem Chef? Nee. Wo steht denn der Chef? Doch, der zieht sich mal zurück. Hier nach oben. Finde ich nämlich nicht so lustig. Mein Held stirbt. So, jetzt aber. Jetzt wird es ja langsam. Richtig ätzend. Ich brauche noch Platz hier, meine Schergen. Tja, das war es wohl. Ich meine, das hätte ich vor einer Woche auch noch nicht gedacht, dass das möglich ist. Auf so hohen Schwierigkeitsgrad. Aber die Tüftelei war es letztendlich. Tja. Ja, Lisa. Ist das jetzt meine Frau, oder wie? Hübsch. Der Preis. So, das war's. So, das war's. Vielen Dank.